Was sind die Merkmale der Kommunikation im Autismus? Kommunikation im Autismus ist im Allgemeinen eine der größten Herausforderungen, denen sich Personen mit der Erkrankung stellen müssen. Eine Person mit Autismus hat typischerweise verschiedene charakteristische Kommunikationsschwierigkeiten, einschließlich fehlendem Augenkontakt, Unfähigkeit, Gedanken richtig auszudrücken, und Unfähigkeit, indirekte Gesten zu verwenden oder zu verstehen. Autistische Personen, die sich verbal ausdrücken, können bestimmte charakteristische Sprachmuster haben, wie etwa sich wiederholende oder spezialisierte Sprache, und sie könnten auch monoton sprechen, wobei es ihnen an geeigneter Wendung und Mimik fehlt. Eine Person mit Autismus scheint oft von anderen getrennt zu sein und scheint manchmal in ihrer eigenen privaten Welt zu funktionieren. Dieser Aspekt des Autismus bereitet Schwierigkeiten mit der gemeinsamen Aufmerksamkeit einer Person und ihren nachahmenden Fähigkeiten. Im Allgemeinen wirkt sich ein Defizit bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten erheblich auf die Kommunikation bei Autismus aus. Gemeinsame Aufmerksamkeit beinhaltet die Tendenz einer Person, ihre eigene Reaktion auf einen Reiz auf die Reaktion einer anderen Person zu stützen, und sie wird normalerweise in der frühen Kindheit auf natürliche Weise entwickelt. Wenn eine Person beispielsweise ein Bild sieht, das beängstigend ist, kann sie auf eine andere Person blicken, um die Reaktion dieser Person auf das Bild zu beurteilen und ihre eigene Reaktion entsprechend zu modellieren. Nachahmung ist eine ähnliche Fähigkeit, die die Fähigkeit einer Person einschließt, das Verhalten, die Körpersprache und die Stimmbeugung anderer Personen zu spiegeln, um entsprechend kommunizieren zu können. Wieder wird diese Fähigkeit normalerweise in der frühen Kindheit entwickelt? Wenn diese Fähigkeiten fehlen, wie es normalerweise bei Autismus der Fall ist, entwickeln sich die Kommunikationsfähigkeiten im Allgemeinen nicht angemessen. In vielen Fällen ist die Kommunikation bei Autismus entweder durch einen fehlenden Augenkontakt oder durch unangemessenen Augenkontakt gekennzeichnet, beispielsweise durch übermäßiges Anstarren. Während der normalen Kommunikation verwenden die meisten Menschen Augenkontakt, um eine andere Person zu engagieren. Personen mit Autismus verwenden diesen Kommunikationsmechanismus nicht angemessen in ihren Interaktionen mit anderen. Personen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten, indirekte Gesten zu deuten und zu verwenden. Wenn zum Beispiel eine Person auf ein Objekt quer durch den Raum zeigt, kann eine autistische Person die Geste nicht so verstehen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf das Objekt richtet. Im Allgemeinen beinhaltet Kommunikation bei Autismus direkte, taktile Gesten. Anstatt einen Gegenstand zu zeigen oder mündlich anzufordern, wird eine Person mit Autismus normalerweise das Bedürfnis mitteilen, indem der eine Person physisch an der Hand zu dem gewünschten Gegenstand bringt oder die Hand einer Person auf den Gegenstand legt, mit dem sie Hilfe wünscht. Gedanken durch Worte auszudrücken, entweder geschrieben oder gesprochen, ist eine Fähigkeit, die viele mit Autismus nur schwer entwickeln können. Manche Menschen mit Autismus lernen nie zu sprechen oder zu sprechen, sondern beschränken sich auf direkte Gesten und ausdrucksstarke Töne. Diese Art der Kommunikation im Autismus ist äußerst herausfordernd und frustrierend, insbesondere wenn sich die Person nicht in einer kontrollierten Umgebung mit Menschen befindet, die mit den besonderen Gesten und Ausdrücken vertraut sind, mit denen sie kommunizieren. Wenn ein autistischer Mensch sprachliche Kommunikation entwickeln kann, können seine Sprachmuster bestimmte charakteristische Tendenzen haben. Zum Beispiel entwickeln viele Menschen mit Autismus wiederholte Sprachmuster, indem sie entweder immer wieder einen bestimmten Satz wiederholen oder das, was eine andere Person gesagt hat, plappern? Andere sprechen vielleicht reichlich über ein bestimmtes Thema, können sich aber nicht zu anderen Themen äußern? Selbst wenn die verbale Kommunikation im Autismus jedoch auf einem hohen Niveau ist, fehlt den Gesangstönen im Allgemeinen auf deine Beugung, und dem Individuum fehlen typischerweise geeignete Gesichtsausdrücke, um seine oder ihre Worte zu begleiten.